Nein, 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 ich streame ja wirklich. Da steht die KB-Zahl, 280 sowieso. Jetzt spielen wir. Yes, live, live, live dabei. High Society, da guckt das hier, das ist Tanzverbot. Den habe ich jetzt heute beim Video-Hochladen gesehen, hässlicher Typ, man soll ja nichts über eure urteilen. Und er hat irgendein Video gemacht, warum er Kronk oder Kronk macht ihn nach oder so, weil er mit Minecraft wieder angefangen hat oder irgendwas. Kronk macht ihn, ah, guck mal, wir sind live. Achtung, kann gleich sein, dass man das hört. Nein, ich habe auf lautlos gestellt, unter dem Tablet. Ah, man sieht es da. Oh, geil, das ist gut zu nehmen. Sehr cool. Gude. Das heißt, ich müsste meins eigentlich halten, damit ich auf einem ähnlichen Level bin wie du. Das tut mir leid, aber ich kann es halt nicht anders machen. Doch, zur Seite stellen. Seite stellen. Ja, dann ist es auch nicht im Bild, weißt du. Aber guck mal, wie gut wir aussehen einfach. Weißt du? Ich habe die Haare schön. Ja, du hast sowieso die Haare schön. Du hast immer die Haare schön. Ja, guck. Ich sage halt Seitenteil. Unser Spruch. Gute. 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 So. Ähm, der Schrecki hat was Schönes vorbereitet. Und zwar... Ich meine, wir haben es ja eh schon hochgeladen und geteasert. Ja gut, muss es auch noch nicht raushauen. Wir können ja mal, ähm... Ja. Wir können ja mal am besten bei dir am PC, dass wir auch was hören. Ja. Selbst auf Twitch gehen. Okay. Um zu hören, wie man uns hört. Okay, wir hören uns jetzt mal selbst. Ich kann ja hier mal den Desktop-Sound ausmachen. So, dass ihr das nicht hört. Weil wir ja die zwei, äh, Mikros haben. Und das heilt wahrscheinlich. Genau. Das kann ein bisschen sein, das heilt. Deswegen gucken wir mal rein. Ich habe den Desktop-Sound jetzt ausgemacht. Das heißt, ihr dürftet das nicht mehr hören. Das dürft ihr jetzt... Ich bin auf dem Kanal, so. Ich bin nicht allein hier. Du redest halt direkt ins Mikro. Ja. Also, ich müsste theoretisch so reden die ganze Zeit. Guck mal, mal jetzt reinhören. Aber es geht sogar, also... Klappfühlchen hostet uns. Yes, Klappfühlchen! Hey, guck mal, er schreibt sogar schon. Hallo? Test? Test? Ja, gerade. Cool. Oh, schön. Wie geht's? Hey, hey. Warte mal, ich habe jetzt mal hier... Ich habe ja hier Regler. Ob man mich mehr hört, ich mich mehr höre, oder... Was aber keinen Unterschied macht, weil der Koffer da ja nicht hinstrickt. Ja. Oh, wie cool. Egal. Wie geil, Alter. Wie geil. Ja, theoretisch darfst du halt nicht direkt in deins reden. Okay, dann muss ich halt so ein bisschen mit Abstand reden. Mal gucken, wie es so ist. Also, wenn ich... Oh, da schiebst du doch ein Stück noch zur Seite. Zur Seite? So? Oh, das klang jetzt anders. Also, irgendwas verändert sich doch. Servus. Taserie ist auch da. Hey. Ja, ja, Grafwirtchen hat pünktlich mit dem Stream aufgehört. Ist doch alles scheiße, sag ich. Tut mal leid. Ist jetzt halt ein bisschen verwirrend, dass wir uns selbst sehen. Aber, ähm, ich mache mal hier aus wieder, ja? Mache mal hier wieder aus. So. Jetzt halt... Mein Hund gibt immer noch nichts zum Essen. Tick. Setz dich hin. Wir könnten theoretisch aber auch die Tastatur noch weiterschieben, dass ich das Mikro dann doch hier hinstelle. Ja, so. Die Maus halt. Ja, ich kann noch weiter nach da. Damit habe ich gar kein Problem. So, dann sieht man mich halt. Kein Problem. Ne, du kannst ja auch noch näher kommen. Oh, näher zu dir. Ja, muss ich die Cam nur noch ein bisschen nach da schieben. So. Ein bisschen. Ich habe keine Ahnung. Was für ein Video guckst du denn, Clare? Ich gucke. Was für ein Video? Was für ein Video? Ne. Taser. Oh, Taser. Okay. Geht das? So. Geht das? Geht das? Ja? Ja, so geht's. So, so ist gut. So ist gut. Okay. Finde ich cool. Schrecki, Schrecki hat heute was richtig, richtig nice vorbereitet und wir wollen das mal gerade abspielen. Wir halten mal kurz die Fresse und gucken mal kurz rein. Das ist auch hier. Oh, 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 oh. Wie der Bildschirm funktioniert nicht. So, hallo? So, ja. Wie der funktioniert nicht. Was ist das denn? Wer hat eigentlich dafür gesorgt, dass wir sowas vorgeschlagen kriegen? Das weiß ich auch nicht. Das weiß ich echt nicht. Ich klappe mir ein Bildchen im Punkt nicht. Moment. Soll ich eine Anzeige und nicht funken? 1 zu 0 für Grafhötchen. Wieso 1 zu 0 für Grafhötchen? Wegen dem Spruch. Was hat er denn gesagt? Ihr seid doch alle scheiße. Boah, ist das sexy. Der Bildschirm nicht funken soll. Das ist ja geil. Die ist cool. Ja, die ist richtig nice. Also, Anzeige und nicht funken. Tut beides nicht. Wie? Beides. Wie? Was? Beides nicht. Aber was macht er denn? Ich meine, du hast einen Laptop. Eben. Was ist da los, ey? Was ist die Stimme? Die Richte. Die Richte. Die Richte. Die Richte los mit dir. Die Richte. Die Richte. Ein leichter Schlag auf dem Hinterkopf. Das wirkt Wunder. Sollen wir den Titel schon mal ändern? Hat sogar geklappt. Soll ich schon mal ein Spiel ändern? Ja, kannst du ja jetzt machen. Resident. Aber mit Schwung. So richtig mit Anlauf. Klatsch. Danke. Wofür? Einfach mal draufhauen. So. Guck mal. Hier dann die Empfehlung. 2600. Oh, ich hab zu viel. Ich muss genau 2636 angeben. Details im Twitch. Der Bildschirm hat Angst. Nicht nur der. Wir auch. Wir auch. So. Warte mal ganz kurz. Ich starte. Internet funktioniert nicht. Waaah. Gesendet vom. Äh. Stream lädt nicht. Dabei haben wir noch gar nichts groß am Übertragen. Mhm. Quasi nix. Auch keine Verworfen. Erst wenn wir. Ein Spiel. Oder. Sie sagt es nur so. Weil sie. Angst hat. Angst hat. Angst hat. Ihr könnt ja mal schreiben, wie ihr den Schrecki versteht. Wie das so. Das ist ja nicht so undeutlich. Nein. Rede ich so undeutlich. Nein. So war das ja. So war das ja. Ja. Oh. Jetzt sind wir schwarz. Theoretisch müsste mein T-Shirt leuchten. Ja. So ein bisschen. Ja. Und noch eine Lampe. Nvidia. Stream lädt nicht. Wenn. Dann schreibt es ihr im Chat. Sonst doch das Mic in die Mitte. Wir haben gerade zwei Microphones. 庇 攻 Kalau eyro. Die sind die Mitte. Wir Who. Wir haben jetzt alle intervenue. Die dealing. Die sind die Mitte. Die sind die Mitte. Die Mitte. Diejor Satz. das reicht schon oder vom sound dieses lied das ist gesperrt wird oder was starten hallo kaputt ja hallo jetzt geht's okay keine sorge ich habe noch nicht gespielt ich mache auch was ich auf jeden fall mal macht ist die musik ein bisschen leise oder stimmlautstecke ist gut ausgabegerät fernseher ok also wir gucken jetzt beide auf den fernseher das gute haben wir mehr abstand das macht es weniger gruselig surround sound oder kopfhörer oder machen wir mal kopfhörer handy 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 dann browser oder was ging jetzt warte mal wieso 23 hertz ja 60 herz jahren wir können 144 jetzt ja es geht nicht einsteigerweise das ist ja das super merkwürdige wenn ich weiter nach links dann guckt ja ich finde es auch sehr merkwürdig wenn du weiter durchklickst aber vielleicht hat es ja nicht 144 guck ich kann nur 60 herz jahren fenster randloses fenster können wir ja mal machen das ist die ganze zeit oder jetzt nur durch die einstellung nur durch die einstellung macht es das jetzt also guck jetzt habe ich hier das randlose fenster jetzt kann ich mal da drauf ach ich habe den chat ja wieder geschlossen ich idiot ich habe ihn offen gut texturqualität alles schon eingestellt alles heute durch meine grafikkarte gemacht audio haben wir jetzt drin ich glaube wenn wir auf kopfhörer bleiben dynamic bereich groß umgebung anpassen machen aber klein system lautstärke so sound effekte was ihr jetzt seht das ist übrigens die haupt story werden die entscheidung alle richtig laufen so habe ich immer nur probleme bei euch ich weiß das ist grafwürtchen das ist immer grafwürtchen wenn es einer ist grafwürtchen so ich will mir jetzt gerade mal achten dieses gekrüsche ist super laut und voll unangenehm aber der gute schreck die hat mir das jetzt gerade saueres zeug drüber gefallen wäre weil es unten aufgeplatzt ist ja wir haben die zombie pizza gegessen und jetzt sauer hinterher um den mund noch weiter abzutöten genau wir geben auf neues spiel neues spiel einfach auf normal oder normal ich habe untertitel eingestellt ich bin sowieso immer schuld hey baby ich wollte dir nur schnell hallo und ich liebe dich sagen oh gute nachricht ich komme bald nach hause ich kann es gar nicht erwarten mit diesem babysitter job fertig zu sein und wieder zu hause bei meinem geliebten mann zu sein ich vermisse dich ich muss zurück zur arbeit ich liebe dich ethan ich vermisse dich so sehr ich schicke dir tausend küsse tschüss baby eins das war nur einer ethan du hattest recht ich habe dich angelogen das war falsch aber ich will dir nur eins sagen wenn dich dies erreicht nicht such mich nicht das war das spiel resident eagle schön gehen wir oder hast du dich gemutet oder uns beide ich habe nur mich gemutet hallo hey hier äh ist ethan oh hey alles in ordnung du warst auf einmal verschwunden du warst auf einmal verschwunden nein mir geht's gut mir geht's gut es ist mir sie ist nicht tot sie lebt sie 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 ist zurück sie wurde gefunden wie was ist passiert ich weiß nicht tja ich weiß nicht wie aber sie ist zurück wieder zurück vielleicht ist es ein scherz sie will dass ich komme und sie hole wo ist sie dalvi dalvi louisiana man es sind jetzt drei jahre ich weiß ich weiß aber was wenn sie es ist ich muss rausfinden was passiert ist und da fahren wir nach dalvi in louisiana um sie aha aha schönes auto schickes auto echt geiles auto sogar gib dir das mal achso sorry pfff waaaaaah ah schön nein ich hab da doch noch an Bremse gezogen haha hier war nicht gut krass hier sollte es sein sie lebt Ende ja besser wird es nicht mehr fahren wir durch wer ist dir gehen oh Taser Ray hat nur ein einziges Bild hm was für ein Bild denn was für ein Bild was für ein Bild oder wie wir hier so am drüben sitzen sind